Wenn ihr gerade Fußball schaut, dann kommt ihr an einer neuen Automarke gar nicht vorbei. BYD, das steht für Build Your Dreams, steht überall auf den Banden und in der Werbung. Und sie sind einer der Hauptsponsoren der Europameisterschaft. Und das statt Volkswagen. Ja, wer ist das jetzt genau? Welche Autos bieten die eigentlich an? Was bedeutet eigentlich NEV, NEV, das steht ja immer auf den Banden dran. Und sind das jetzt diese chinesischen Autos, die angeblich den europäischen Markt überfluten? Ich kläre euch in diesem Video auf. BYD ist ein chinesischer Mischkonzern. Sie bieten Produkte im Bereich Energieerzeugung, zum Beispiel Solarpaneele, Energiespeicherung und auch Energienutzung über Fahrzeuge aller Art an. Der Firmensitz ist in Shenzhen. Das Unternehmen hat inzwischen 700.000 Mitarbeiter. Und das ist eine Steigerung um 23 Prozent allein im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresumsatz im Jahr 2022 war 60 Milliarden Euro und im Jahr 2023 dann schon 79 Milliarden Euro. Ihr seht also, das Unternehmen wächst rasant. Gestartet sind sie als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien. Also das ist der Kern des Unternehmens. Inzwischen sind sie der größte Hersteller weltweit für Akkus in Mobiltelefonen, Tablets, Laptops und sind Hauptlieferant für Apple, Samsung, Sony Ericsson, Huawei und viele mehr. Und inzwischen sind sie nach Cat L und LG auch drittgrößter Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus, also diese speziellen Akkus, die ja auch in E-Autos zum Einsatz kommen. Das Tochterunternehmen BYD Auto gehört zu den größten Automobilproduzenten Chinas und der Welt. 2023 überholte allein das Tochterunternehmen den bisherigen Marktführer Volkswagen zum ersten Mal bei den Verkaufszahlen auf dem wichtigen Absatzmarkt in China. Wichtige Korrektur übrigens, im Gegensatz zu, was da sonst immer so gemeldet wird, überall wird ja immer gesagt, dass BYD nun Tesla überholt hat, was aber einfach nicht stimmt. Fakt ist, BYD hat knapp 1,6 Millionen Elektroautos ausgeliefert im Jahr 2023 und Tesla 1,8 Millionen. Also Tesla ist immer noch 200.000 Elektroautos in Führung, aber BYD holt da auch schnell auf. Deswegen schreiben sie auch überall, dass sie eben die Nummer 1 von NEVs sind und nicht von anderen, also Batterieautos. Ich erkläre das mal ganz kurz. NEV, also N-E-V steht für New Energy Vehicle. Also da zählen dann BEVs, das wären dann die Elektroautos, Battery Electric Vehicles und auch PHFs mit rein. Das sind Plug-in-Hybriden, also Fahrzeuge mit einer kleinen Batterie und hauptsächlich einem Verbrennermotor. Von den insgesamt 3 Millionen verkauften Fahrzeugen von BYD im Jahr 2023 sind also 1,6 Millionen wirkliche Elektroautos und 1,4 Millionen eben Hybride. Das Label NEV ist also eher eine Verschleierung, um nicht zu sagen, dass fast die Hälfte der Fahrzeuge noch einen Verbrennermotor haben. Der Anteil nimmt aber drastisch ab von diesen PHFs und ich gehe auch davon aus, dass BYD bei reinen Elektroautos Tesla wahrscheinlich schon im 2024 überholen wird. Unter der Marke BYD sind inzwischen schon einige Elektroautos auf dem deutschen Markt verfügbar. In der Kompaktklasse bieten sie den Atto 3 und den etwas kleineren Dolphin an. Den Dolphin habe ich übrigens schon getestet. Seht euch das Video hier auf dem Kanal unbedingt an. In der Mittelklasse gibt es die Limousine BYD Seal und das SUV BYD Seal U. Auch den Seal U, also die SUV-Version, habe ich getestet auf dem Kanal. Checkt also auch das Video ab. In der oberen Mittelklasse bieten sie dann noch die große Limousine Han und den großen SUV Tang an. Den Tang Facelift habe ich übrigens auch gerade getestet. Im Großen und Ganzen war ich bisher mit den Testfahrten von Seal U und Dolphin eher nicht so begeistert. Da bin ich ganz ehrlich, die Autos sind schon solide, also in Ordnung. Aber der Preis ist meiner Meinung nach noch viel zu hoch. Da muss echt noch was passieren. Wie gerade schon erwähnt, war ich ja von Dolphin und Seal U nicht so begeistert. Der neue Tang 7-Sitzer, die nennen den New Tang, der hat mir dagegen echt gut gefallen. Der hat einen hochwertigen Innenraum, auch wirklich viel Platz für die große Familie. Wie gesagt, 7-Sitzer, gute technische Daten und auch eine deutlich verbesserte Softwareoberfläche. Das waren zum Beispiel so zwei Punkte, die mir in der Vergangenheit noch nicht so gefallen haben. Also zum einen waren die bisherigen Fahrzeuge, finde ich, noch von der Ladeleistung ein bisschen zu schwach. Und vor allem die Software war mir auch noch so ein bisschen zu einfach. Und das ist jetzt in der neuen Generation, also der New Tang zum Beispiel, viel besser. Man merkt also schon, dass sie mit jeder neuen Generation an Fahrzeugen sehr viel dazu lernen und große Fortschritte machen. Bei den Elektroautos haben sie viele wichtige Technologien im Haus. Klar, die Batterien, also das Herzstück eines Elektroautos, ist ja deren Kernkompetenz. Mit der eigens entwickelten Blade-Batterie haben sie eine sehr sichere Batterie entwickelt, durch die man sogar einen Nagel durchstechen kann und es passiert nichts, im Gegensatz zu der einen oder anderen Batterie. Außerdem lässt sie sich schnell laden und sie bietet gute Reichweiten. Sie produzieren die Elektromotoren selbst und auch die elektronischen Steuergeräte im Fahrzeug. Also da ist sehr viel Kompetenz im Konzern gebündelt. Neben Modellen der Marke BYD haben sie auch die Marken Fang Sheng Bao und Yang Wang im Portfolio. Vor allem über die Marke Denza müssen wir nochmal reden. Die könnte spannend sein. Denza ist eine Joint Venture Premium Marke gemeinsam mit Mercedes-Benz. Und sie machen zum Beispiel den Denza D9 Luxus Elektrovan, der noch 2024 in Deutschland auf den Markt kommen soll. BYD hat weltweit 271 Standorte, an denen sie eben die Autos verkaufen und inzwischen 28 davon in Deutschland. Und sie haben immer mehr Partnerschaften mit Autohändlern und Servicewerkstätten. Weil ja, ich weiß, eine der großen Kritiken und die ist auch absolut berechtigt und auch der Sorgen von allen ist natürlich, ja wo gehe ich denn hin, wenn ich ein Problem habe und ich möchte auch beraten werden. Das ist natürlich bei den chinesischen Marken noch nicht so ausgebaut wie die etablierten Marken in Europa. Aber auch hier holen sie eben auf. Kommen wir aber nochmal zum Preis und dieser Flutung des Marktes, wie es immer beschrieben wird. Durch die hohen Kosten für den Transport und auch Einführzölle, eventuell eben jetzt noch Strafzölle, die aktuell diskutiert werden, wird der Preisvorteil durch die günstige Produktion in China wieder komplett aufgefressen. Also doch wohl eher nichts mit günstigen chinesischen Elektroautos. Aktuell ja, aber in Zukunft wird sich das noch ändern. BYD produziert aktuell nur in China, sie bauen aber aktuell Werke in Mexiko, Brasilien, Thailand, Usbekistan und Ungarn. Ja genau, Ungarn hier bei uns in der EU. Die Fabrik wird schon ab 2025 Elektroautos produzieren und dann geht der Wettbewerb los und die Preise werden auch sinken. Nur eine regionale Produktion kann die Lösung sein, um attraktive Preise anzubieten. Das sieht man ja zum Beispiel bei Tesla mit der Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Und das ist doch eigentlich auch ein gutes Zeichen. Neben Elektroautos und Hybriden produzieren sie aber auch noch Elektrobusse, Elektro-Taxis, Schnellzüge, stationäre Speicher für die Industrie und das Eigenheim und sogar LEDs. Naja, was man halt so macht. Weltweit haben sie inzwischen über 40 Niederlassungen, betreiben 11 Forschungseinrichtungen mit 100.000 Mitarbeitern nur in der Forschung und geben allein in diesem Bereich 5 Milliarden Euro pro Jahr aus. Kommen wir zu meinem Fazit. BYD kommt mit großen Schritten. Aktuell sind sie aber noch nicht wirklich erfolgreich im europäischen Markt angekommen, weil, wie erwähnt, die Preise noch zu hoch sind und auch die Qualität teilweise echt noch hakt. Aber schnelle Lernkurven, die man den neuen Fahrzeuggenerationen anmerkt und die Produktion in Europa ab 2025 werden ordentlich Schwung in den Markt bringen und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden von der Marke in den nächsten Jahren noch viel hören. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt es doch in die Kommentare unterhalb des Videos. Immer freundlich bleiben, aber gerne auch eure Meinung sagen. Also würdet ihr vielleicht nie ein Auto aus China kaufen, im Gegensatz vielleicht zu anderen Dingen, die wir in China kaufen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!